In den Medien liest und hört man immer mal wieder, dass irgendwelche Topmanager oder sonstige Prominente wegen Steuerhinterziehung angeklagt werden und auch verurteilt werden. Und in einigen Fällen wandert man tatsächlich wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Erst vor wenigen Wochen gab es ein sehr prominentes Beispiel und Alphonse Schubeck muss jetzt tatsächlich wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Aber auch ein Uli Hoeneß beispielsweise war wegen Steuerhinterziehung schon einmal im Gefängnis. In diesem Video wollen wir das Ganze mal konkret machen. Welche Steuertricks oder Gestaltungen zählen denn eigentlich schon als Steuerhinterziehung? Denn es gibt durchaus einige Szenarien, wo vielleicht der ein oder andere denkt, dass man gerade besonders schlau war. In Wirklichkeit ist es aber einfach Steuerhinterziehung. Und ich habe dir einfach mal sechs Beispiele mitgebracht von Dingen, die tatsächlich schon als Steuerhinterziehung gelten. Der erste Punkt, wo das Finanzamt immer sehr, sehr skeptisch wird, sind Geschenke. Normalerweise gibt es keinen Grund, warum dir fremde Dritte Geld schenken sollten oder andere Dinge schenken sollten. Normalerweise finden Geschenke nur im engsten privaten Raum statt, also nahe Familienangehörige oder wirklich langjährige Freunde. Da kann man unter Umständen davon ausgehen, dass wirklich Geschenke vorliegen. Wenn dir jemand Fremdes Drittes etwas schenkt, dann wird das Finanzamt sehr häufig sehr skeptisch. Und ganz ehrlich, ganz häufig ist es auch kein Geschenk. Schauen wir uns zum Beispiel mal Influencer an. Influencer bekommen regelmäßig, zumindest wenn sie streamen, von ihren Zuschauern Geld geschenkt. Aber steuerrechtlich ist das tatsächlich gar kein Geschenk, sondern sind einfach Betriebseinnahmen, die ganz normal versteuert werden müssen. Oder du hast Reichweite und bekommst von Unternehmen Produkte geschenkt. Oder wirst beispielsweise zu einem Urlaub eingeladen. Diese Geschenke sind ebenfalls keine Geschenke, sondern sind ebenfalls Betriebseinnahmen, die du versteuern musst. Deswegen wird das Finanzamt sehr, sehr skeptisch, wenn du plötzlich anfängst und sagst, dass du von irgendwelchen fremden Dritten Geld geschenkt bekommen hast. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann solltest du das Ganze wirklich sauber dokumentieren. Also von wem hast du diese Geschenke bekommen und warum? Und gab es eventuell einen Anspruch oder eine Erwartung für eine Gegenleistung? Das solltest du wirklich sauber dokumentieren, sonst unterstellt dir das Finanzamt ganz schnell Steuerhinterziehung. Der zweite Punkt, den ich ehrlicherweise in der Praxis auch schon relativ häufig gesehen habe, sind Scheingeschäfte. Da werden sich irgendwelche Vertragsbeziehungen, Kundenbeziehungen ausgedacht, nur um etwas zu haben, was man von der Steuer absetzen kann. Zum Beispiel wird ein naher Angehöriger, der Ehepartner oder aber auch Kinder, angestellt und die machen gar nichts. Beispielsweise das Taschengeld für das Kind wird nicht einfach nur privat gegeben, sondern dann stellt man das Kind im Rahmen eines Minijobverhältnisses an, zumindest auf dem Papier. Das Kind tut aber nichts dafür und man überweist dann einfach das Gehalt monatlich statt das Taschengeld. Und so hat man dann Gehaltskosten, die man in seiner Buchhaltung als Betriebsausgabe absetzen kann. Oder man hat irgendwelche anderen Freunde, die zum Beispiel an der Beteiligung für Urlaubskosten noch Geld von einem bekommen und man denkt sich, ach schreib mir mal eine Rechnung, dann kann ich das nämlich in meiner Buchhaltung berücksichtigen und kann dadurch meine Steuerlast reduzieren. Ich glaube, ich überrasche dich nicht, wenn ich dir sage, dass solche Scheingeschäfte selbstverständlich verboten sind und dass du diese Kosten natürlich nicht als Betriebsausgabe buchen darfst. Das heißt, du kannst dir nicht einfach irgendwelche Kosten ausdenken und die dann in der Buchhaltung berücksichtigen. Aber es geht in einigen Fällen sogar noch weiter, denn du bist zum Teil dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob das Unternehmen, mit dem du da eventuell Geschäfte machst, überhaupt existiert. So musst du zum Beispiel bei EU-Geschäften die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Partnerunternehmens tatsächlich überprüfen. Und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Adresse, die müssen zusammenpassen. Und da gibt es eine Webseite, da musst du tatsächlich von deinen Geschäftspartnern die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer überprüfen. Und falls es da irgendwie zu Abweichungen kommt, das heißt, wenn dieses Unternehmen so gar nicht existiert, dann haftest du unter Umständen. Die Webseite, wo du die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer prüfen kannst, die verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Ich möchte dir hier an dieser Stelle auch nur klar machen, dass es auch keine Lösung ist, sich irgendwelche internationalen Rechnungen auszudenken, um dann diese Kosten in der Buchhaltung abzusetzen. Die dritte Art von Steuerhinterziehung sind Übertreibungen. Du kannst ja einige Pauschalen absetzen, zum Beispiel für Verpflegungsmehraufwendungen. Immer wenn du beruflich unterwegs bist und länger als 8 Stunden außer Haus tätig bist, dann kannst du Verpflegungsmehraufwandspauschalen absetzen. Und da ist ein beliebtes Mittel, einfach zu übertreiben und mehr Tage oder mehr Kilometer anzugeben. Und was ich tatsächlich auch relativ häufig lese, sind Lügen rund um das Arbeitszimmer. Wenn du kein separates Arbeitszimmer hast, dann kannst du auch nicht die prozentualen Kosten von deiner Miete absetzen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und es hilft auch nicht, dass du sagst, naja, im letzten Jahr war das ja so und danach habe ich denn meine Wohnung umgebaut und deswegen kann ich das für letztes Jahr auch noch absetzen. Wenn diese Art von Angaben nicht der Wahrheit entsprechen, dann sind solche Storys tatsächlich Steuerhinterziehung. Ein weiterer Punkt, was Steuerhinterziehung ist, ist Schwarzarbeit. Ich glaube, das überrascht dich nicht. Wenn du Geld verdienst, ohne eine Rechnung zu schreiben und das Geld einfach privat in die Tasche steckst, dann ist das selbstverständlich Steuerhinterziehung. Und das ist natürlich nicht erlaubt. Da gibt es auch keine Freigrenzen und gar nichts. Allerdings gleitet man gerade als Selbstständiger relativ schnell in einen Bereich, der gar nicht so eindeutig ist. Was ist beispielsweise, wenn du im Garten- und Landschaftsbau ein Unternehmen hast und jetzt bei Freunden, bei Nachbarn, in der Familie, den, ja, Angehörigen im Garten hilfst und für diese Tätigkeit zum Beispiel ein Fuffi zugesteckt bekommst. Das entspricht natürlich nicht dem konkreten Preis, was du normalerweise verlangen würdest, aber du tust jetzt etwas, was auch dein Beruf ist und bekommst dafür Geld. So ganz eindeutig ist das nicht zu beurteilen. Und selbst wenn du gar kein Geld bekommst, aber Materialien und Firmen-Equipment mitbringst und dann privat benutzt, dann wird das auch schon schwierig. Denn unter Umständen entnimmst du ja Leistungen und Produkte und Gegenstände aus deinem Betriebsvermögen und benutzt sie jetzt beim Nachbarn im Garten. Das heißt, das sind dann tatsächlich Privatentnahmen. Und du musst tatsächlich die private Nutzung deines Firmen-Equipments im Garten von deinem Nachbarn als Privatentnahme versteuern. Diese privaten Gefährlichkeiten sind als Selbstständiger unfassbar gefährlich. Und meine persönliche Empfehlung ist, dass du für solche Tätigkeiten lieber gar kein Geld annimmst. Und beachte unbedingt Privatentnahmen, selbst wenn es nicht für dich privat ist, sondern für private Kontakte aus deinem Unternehmen. Diese Privatentnahmen sind tatsächlich auch steuerpflichtig. Ich habe zu dem ganzen Thema Privatentnahmen auch schon mal ein Video aufgenommen, und das verlinke ich dir oben rechts. Das heißt, wenn du das alles noch nie gehört hast, dann schau da unbedingt einmal vorbei, damit du das in Zukunft richtig angeben kannst. Ein weiterer Punkt, wo es viel Steuerhinterziehung gibt, sind Auslandskonten. Ehrlicherweise war das früher deutlich üblicher. Vielleicht erinnerst du dich noch so an Daten-CDs und Schweizer Konten, wo dann Daten-CDs von den deutschen Finanzbehörden gekauft wurden und so weiter. Und gerade heute ist es unglaublich einfach, Auslandskonten zu eröffnen, weil durch die Neobanken, wie zum Beispiel Holvi oder Revolut oder Konto, hat man ganz schnell eine finnische, eine britische oder eine französische IBAN. Das heißt, manchmal weißt du gar nicht, dass du gerade ein Auslandskonto eröffnest. Und manchmal höre ich so Aussagen wie, ah ne, Auslandskonten, die musst du nicht angeben, die bekommt das Finanzamt gar nicht mit. Ganz gerne höre ich sowas auch bei ausländischen Brokern oder Kryptowährungsplattformen. Und hier an dieser Stelle nur ein ganz eindringlicher Appell. Natürlich musst du auch Geld versteuern, was du auf ein beispielsweise britisches Revolut-Konto bekommst. Natürlich musst du dieses Geld angeben. Wenn du in Deutschland steuerpflichtig bist, dann gilt das Welteinkommensprinzip. Dabei ist es vollkommen unerheblich, wohin das Geld geht. Und diese Aussage, dass das Finanzamt das ja eh nie mitbekommt, der würde ich so auch nicht vertrauen. Denn viele Kryptowährungsplattformen geben inzwischen die Daten an die Finanzbehörde weiter. Und es gibt ein OECD-Abkommen, da werden tatsächlich Konten untereinander gemeldet. Das heißt, die Finanzbehörde weiß in der Regel schon, dass du Auslandskonten hast. Und das Schlimmste und Dümmste, was du jetzt machen kannst, ist, dieses Konto aktiv zu verschweigen und darauf tatsächlich Einnahmen zu haben, die du nicht angibst. Ein weiteres Szenario, was ich wirklich schon oft gesehen habe, ist der sogenannte Restbuchwert, der Schrottwert. Und zwar, wenn du Equipment hast in deinem Unternehmen, also Anlagevermögen, und du schreibst es im Unternehmen ab. Und irgendwann ist es abgeschrieben. Entweder außerplanmäßig oder ganz normal über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Und dann entnimmst du diesen Wertgegenstand aus dem Unternehmen und verkaufst ihn privat. Das kannst du natürlich so nicht machen. Nur weil etwas in der Buchhaltung abgeschrieben ist, heißt es nicht, dass es dir jetzt privat gehört. Im Zweifel musst du nachweisen können, dass dieses Anlagevermögen tatsächlich nicht mehr existiert. Das Ganze hat natürlich keinen riesengroßen Umfang, wenn du dir alle zwei oder drei Jahre mal einen neuen Laptop kaufst und sagst, naja, der alte, der war halt kaputt. Aber wenn es dein Firmenwagen ist, den du irgendwann mal für 60.000 Euro gekauft hast, dann hast du ihn abgeschrieben und später irgendwo privat für 20.000 Euro verkauft, dann spielt das natürlich schon eine große Rolle. Und dann sind die Erlöse, die du mit dem Verkauf machst, selbstverständlich auch Betriebseinnahmen, die du versteuern musst. Das heißt, du kannst nicht einfach Firmequipment entnehmen und dann privat verkaufen. Kleiner Hinweis, das Ganze gilt übrigens auch mit Paybackpunkten oder Meilen, die du sammelst, weil du Betriebsausgaben hast, darauf dann Meilen sammelst und mit diesen Meilen dann privat in Urlaub fährst. Auch das ist eine Entnahme von Werten aus dem Unternehmen. Und diese Entnahme, die muss auch versteuert werden. Deswegen ganz, ganz vorsichtig sein bei Anlagevermögen und sonstigen Leistungen, die du deinem Unternehmen entnimmst. Du kannst davon ausgehen, dass tatsächlich bei einer Veräußerung oder privaten Nutzung von Firmeneigentum immer irgendwie Steuern anfällt. Und wenn du diese Steuer nicht bezahlst, also wenn du diese Entnahme oder den Verkauf nicht angibst, dann hinterziehst du Steuern. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich ein wenig über das Thema Steuerhinterziehung aufklären. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Steuerhinterziehung ist eine Straftat, die im schlimmsten Fall mit einer Gefängnisstrafe bestraft wird. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wenn du aus Versehen einmal nicht richtig auf die Uhr geguckt hast, bei Verpflegungsmehraufwendungen und jetzt einmal irgendwo 20 Euro zu viel abgesetzt hast. Das bedeutet nicht, dass du deswegen automatisch ins Gefängnis kommst. Du solltest allerdings nicht auf Teufel komm raus mit kreativen Möglichkeiten und irgendwelchen Tipps, die du aus Facebook-Gruppen und von Reddit bekommen hast, irgendwie versuchen, deine Steuerlast zu reduzieren. Gerade als Selbstständiger hast du viele Möglichkeiten, auch legal Steuern zu sparen. Wenn du den Bogen aber überspannst, dann drohen dir tatsächlich hohe Nachzahlungen und unter Umständen auch eine Strafe. Wenn du bei deiner Selbstständigkeit einen kompetenten Berater an deiner Seite haben möchtest, dann schau dir mal meine Empfehlungen an, denn ein guter Steuerberater kann dir tatsächlich viel Steuern sparen, aber auch viel Stress ersparen. Meine Empfehlungen findest du einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich verlinke sie dir auch einmal hier oder schau die weiteren Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es viele Videos, wo ich dir kläre, wie du ganz legal Steuern sparen kannst, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Da gibt es viele Videos, wo ich dir kläre, wie du ganz legal Steuern sparen kannst,